Und wie sieht deine Pizza jetzt aus? Meine Pizza ist gut kross und etwas dunkel. Das ist das Spiel. Ja, passiert. Ich hasse das Spiel. Wir müssen Sheebs in unser Lager bringen und die kann man auch klauen. Da gehen die meisten immer auf mich, weil ich sie töte. Was ist das Sheep? Irgendwas? In der Mitte sponnt alle 10 Sekunden ein Schaf, glaube ich. Ich bin Team Gölb. Von der Zeit her weiß ich es nicht. Wieso ist das keiner für euch Team Gölb? Und die müsst ihr in euer Lager bringen. Das seht ihr noch gleich. Und man kann auch von den anderen Lager die Sheeps klauen. Aha. Also praktisch Capture the Flake oder was? Nein, Hardcore. Komm nur halt mit mehr Flakes zusammen. Was hast du für eine schöne Pizza? Salami? Ich hasse ihn. Nee, Hawaii wahrscheinlich. Boah, er hasst Salami. Juri, würdest du ihn bitte bannen? Nö. Ich mag nur Margarita. Herst du nochmal von euch, Alexa? Thomas. Der Boss, bitte. Okay, Thomas, wir sind in deinem Team. Ich bin alleine, ihr fickt euch. Was muss ich jetzt machen? Da, in der Mitte sind Schafe gesporned. Die müssen uns greifen. Mit dem Sattel oder was? Ich habe zwei Schafe. Nein. Wie greift man sich die mit dem Sattel? Mit dem Sattel, genau. Und die müssen sie in dieses Lager bringen. Hä? Ich habe kein Schaf mehr. Kann ich die Schafe auch töten? Welches Team bin ich da? Nein, du kannst sie nicht töten. Die sind unersterblich. Ola, wenn man tot ist, ist man tot. Ja, Alex, nein, du hast die Schafe verloren. Die haben mich geschlagen. Und wenn ich jemand schläge, habe ich wohl dann eine Schafe nicht mehr? Ja, ich habe sie, ich habe sie. Nein, ich bin tot. Juri, verpiss dich. Ja, ja. Als Camper. Warte. Achso, wenn man einmal stirbt, wenn man einmal stirbt, ist man raus. Ah. Nein, man ist nicht raus. Man wird gleich wieder respawned. Nein, sie kennen uns die Schafe. Juni, du Sackl. Hinter ihn her. Du musst ihn mit den Schafen angreifen. What the fuck, was ist das für ein Scheißspiel, ey? Ohne Wind. Habe ich doch gesagt. So ein Scheißspiel. Wie kann man die Clown? Auch mit dem Sattel. Nein. Ja, wie muss ich das mit? Mit dem Sattel. Mit dem Sattel. Da sieht man eigentlich, ob ich ein Schaf drauf habe. Da haben wir Leute voll die Vorteile, die mit dem 1, 2. Da war dann ja nur die Kapitän ab. Ja, die Gelben haben voll den Vorteil, oder? Ja. Nein. Ich habe meine Schafe geglaubt. Na verpiss dich. Wieso schlägst du mich, du Scheiß-Aslat? Ich habe einen Schaf bei mir. Und ich habe einen Keks. Oh fuck. Gott, die Gelben können nur zu uns kommen. Juni, hau ab. Ja, so. Drei Schafe bei Asyl. Achso, ihr seid ja eh nicht in meinem Team. Das Spiel hat auch Keks mitgespielt. Echtes? Ja. Jetzt schaut ihn ja. Nein, du, wir haben ja vorab. Hau nur ab, Eli. Nach fünf Jahren, ich weiß, dass was die Survival kriegen ist. WTF? Ein Stattel auf die... Oh ja. Das ist ein Rote, der blickt jetzt nicht. Alter, bist du dumm. Wir warten mal, Janis. Ich habe in der Leite die Runde zu scharf. Oh, du bist tot. Wir warten einfach. Hau ab. Ja, ich habe... Weck dich, Juli. Ja, jetzt haut er ab, der Juli. Weil er Schiss hat, kleiner Schisser. Warum? Ich habe Schafe, ich habe Schafe. Du hast keine einzige Schafe, du Lappen. Hey, warum? Ich habe, weil wir dich geschlagen haben. Du bist so scheiße. Von links. Hey, aber ich habe vorhin auch die ganze Zeit Leute geschlagen und das Schaf ging nicht weg. Ja, weil du halt schlecht bist. Ich habe noch eine Schafe. Ja, das glaubt einem, wir haben einfach unsere Schafe geflüchtet. Alter, wie man da einfach weggepächt wird. Oh, Monsterlag. Hey, warum kannst du mich schlagen, wenn wir in der gleichen Entfernung sind, Alter? In Minecraft, ich hasse dich. Ich will jetzt mal meine Pizza essen, Alter. Ja, dann ist es falsch. Ich muss aber spielen. Achso, Maudia, okay, den brauchen wir nicht. Weiß nicht, du Pisser. Biss dich. Das haut er wieder ab, ha? Leute, du hast doch nicht durchgebracht. Sicher. Ja, ich will hinter dir. Achso, ich kann mich boosten, ah. Ja, wie denn? Alter, jetzt beweg dich mal von deinem Spawn weg, du scheiß Camper. Nein, das macht man eben nicht, das ist hier irgendwas. Leute, ich glaub, du hast eine Hilfe beim Spawn, schnell. Ich kann, ja, ich bin hier dann. Ich bin wieder da. Ayulina. Achtung, einer von hinten. Keiße. Wenn uns hier ist, haben wir keine Schafe mehr. Nein, sie sind weg, sie sind weg, sie sind weg. Ich kann nicht sprinten, willst du mich verarschen? Ist auch so, das kannst du auch nicht. Warum nicht? Ich kann schon sprinten. Ja, weil so ist. Äh, Juli, verpisst dich doch einfach. Hey, warum, wie herrschst du mir? Alter, mit einem malben Herz, Alter, fick dich. Weil, Juli, verpisst dich. Juni, wir dunsen unsere Gelbe, die, ihr könnt fortende ihre Nase einfach die Schafe klauen. Das geht nicht. Dieser Ender muss den jetzt zu toll, der ist einfach zu stark. Der ist ja eigentlich sie gerade der Geschäft. Weil, Juli, verpisst dich doch einfach. Ja, Juni, ich versteh's nicht, wir schlagen gleich drauf, aber du überlebst uns zweieinhalb Herzen. Ja, ich kann ja schon wieder klicken, als du. Äh, ich klicke auch die ganze Zeit. Es gibt auch Critical Hits. Ja, ich klicke, was gibt's? Critical Hits. Aus dem Schlecht, äh, Sch. Ja, weil Team Red hat ja voll viele. Ja, weil alle nur auf Team Grün gehen. Oh, warum geht ihr auf uns Team Red, äh, Team Red hat die meisten? Nein, ja, du hast es gerade noch geschafft. Ich hätte jetzt... Juuu! Ich hätte fast drei Grüne mitbekommen. Alter, die Roten haben gerade alle... Hey, jetzt sind Grün. So, Juli, jetzt schnell verlosen muss. Jetzt? Ja, dann muss ich's aber holen. Ah.